Leisure Sickness Leisure Sickness wird das Phänomen von Forschern genannt. Ein Phänomen, das in jeder Altersklasse auftreten kann. Winterzeit ist Erkältungszeit. Die Nase läuft, der Hals kratzt, es ist ein Graus. Wer krank ist, ist ein leichtes Opfer. Vor allem, wenn einem schon wieder eine gern leidende sich für die Arbeit aufopfernde Virenschleuder gegenüber sitzt. Unweigerlich ist man damit im Einzugsgebiet der sogenannten Tröpfcheninfektion. Denn über Gesundheit oder Krankheit entscheidet in erster Linie das individuelle Immunsystem. Und meistens auch ein paar Taschentücher. Ich finde es auch sehr angenehm, stabil. Also ich finde die vier und die sechs gut. Stabil hält und ist angenehm. Die fünf finde ich nicht gut. Ich finde es auch sehr angenehm. Ich finde es auch sehr angenehm. Und das ist auch ein paar Sachen.